heute geht es in diesem video um ein thermo unterwäsche set ja für den winter für die gartenarbeit zum beispiel oder natürlich zum skifahren oder wandern das thermowäsche unterwäsche set gibt es natürlich in verschiedenen größen und in verschiedenen farben aber ich würde sagen wir packen es mal aus schauen sie uns näher an und direkt nach einem kurzen intro geht es los ab geht's hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal tipps tricks kurioses und wissenswertes kurz gesagt ttkw mein name ist zu schwinzen und heute testen wir dieses thermo unterwäsche set an ja ich habe dir das produkt unten in der video beschreibung mal verlinkt kannst mal rein klicken kannst dir nähere details dazu abholen aber ich würde sagen wir packen es jetzt einmal aus testen es an ziehen es an und schauen mal wie sich diese thermo unterwäsche anfühlt kommt mit ja diese thermo unterwäsche gibt es in schwarz in blau in grau und in grün und natürlich auch in verschiedenen größen von xs ml xl 2xl 3xl und 4xl so sieht das set aus das ist jetzt das oberteil fühlt sich erst mal vom vom material sehr gut an weich und es gibt natürlich auch eine lange unterhose dazu und diese fühlt sich natürlich genauso schön weich und bequem an hier oben haben wir einen dehnbaren gummizug ja und ich würde sagen ich ziehe sie jetzt mal an und dann schauen wir mal wie ich mich darin fühle ja und ich kann sagen das fühlt sich sehr warm und sehr bequem an man kann sich hier drin super bewegen also völlig elastisch das ganze ohne dass man sich irgendwie eingeengt fühlt oder irgendwas auch die hose ihr könnt wahrscheinlich sehen dass diese absolut praktisch dehnbar beweglich ist also man kann sich hier drin super bewegen in der hose genau wie im oberteil und ich merke schon dass es extrem wärmt denn wir haben hier im inneren noch eine art leichten vlies so dass die thermo unterwäsche wirklich super ihren dienst macht den sie machen soll und auch noch bequem sitzt ja wir haben an der hose einen praktischen gummizug ihr könnt hier im inneren sehen also es ist wirklich richtig schön weich also fließartiges material es ist dehnungs aktiv also nicht nur der gummi sondern auch das restliche material ist dehnungs aktiv es ist luftdurchlässig also ihr habt hier auch diese streifen noch welche luftdurchlässig sind und ja sehr bequem zu tragen atmungs aktiv soweit man das bei thermo unterwäsche sich natürlich vorstellen kann auch im oberen bereich könnt ihr sehen dass dieser stretch anteil also dieser vier wege stretch anteil wirklich die thermo kleidung gut sich bewegen lässt also man kann sich in dieser wirklich genial dadurch bewegen dadurch dass wir hier einen schönen stretch anteil drin haben ja ist das natürlich perfekt zum sport machen also zum beispiel zum skifahren diese thermo unterwäsche hat ein vier wege stretch das heißt man kann sie super bewegen und man kann sich natürlich auch perfekt darin bewegen komprimierung außerdem sie ist schnell wieder trocken gleichzeitig atmungs aktiv und sie hält sehr warm also ihr seht man kann sich hier im freien ja selbst ohne kleidung darin sehr gut bewegen das material fühlt sich auch sehr hochwertig an also es fühlt sich nicht billig an sondern wie ein richtig hochwertiger stoff und dadurch wie gesagt dass es vier wege stretch hat also man kann es wirklich in alle richtungen ziehen nicht nur in die breite wie das oft der fall ist sondern auch in die höhe das ist natürlich der vorteil am vier wege stretch wir haben im material 90 prozent soft polyester also ganz weiches polyester und zehn prozent elastan ja des weiteren haben wir normale maschinenwäsche also bei kaltwäsche am besten und auch im trockner kann man diese verwenden natürlich sollte man die unterwäsche nicht bügeln ja von daher meine klare empfehlung wie gesagt ich habe sie euch unten verlinkt und ich kann mir wirklich gut vorstellen dass diese im winter zum beispiel beim wandern wenn man draußen im garten etwas zu tun hat oder natürlich auch beim skifahren perfekt wirkt man wird nicht frieren ich merke es jetzt schon also wie ja diese mich aufheizt gut wir haben natürlich jetzt noch warme temperaturen aber ich merke wie diese im winter natürlich dann auch wärmen wird und ihr seht es wahrscheinlich hier innen drin weichen vlies sehr bequem sehr warm haltend ich habe sie dir unten verlinkt kannst du mal rein klicken kannst dir näher details holen kannst den bereits abholen und ja am besten testest du sie mal selbst aus und schreibst mir unten in den kommentaren was du davon hältst ansonsten lass ein abo da drückt die abo glocke wenn dir das video gefallen hat lass ein like da wenn nicht lass auch ein like da schadet nichts und wir sehen uns im nächsten video wieder ich danke dir fürs zuschauen ciao und arrivederci dein zusch vinzenz und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste video an was ich dir hier eingefügt habe und bestimmt auch interessant für dich ist ciao und bis gleich